UNTERTITELUNG Wir sind Hoffnung. Wir sind Ehre. Wir sind Mut. Wir sind Gerechtigkeit. Wir sind Mitgefühl. Wir sind Entschloffenheit. Wir sind Harmonie. Wir sind Overwatch. Ich bin Athena. Ich werde sie durch das Overwatch Trainingsprogramm führen. So, wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Haja, Tracer hier! Fangen wir an. Bitte behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während sie den Raum durchquert. Ja, und damit Herr und Herzlich Willen. Hier drüben? Ja. Großartig. Behalten Sie Tracer nun im Blick, während sie zur Mitte des Raumes läuft. Das mache ich. Da. Da ist sie doch. Ja. Bewegung. Sie können sich vor- und rückwärts bewegen, ohne Ihren Blickwinkel zu ändern. Auch Bewegungen nach rechts und links sind möglich. Oh, das ist ja schön. Folgen Sie Tracer auf Ihrem Weg durch den Hangar. Ich kann gehen. Aber ich habe keine Beine. Tracer, warte auf mich! Ich habe keine Beine. Keine Be- Folgen Sie weiter, Tracer. Irgendwie hagelt das gerade ein bisschen die Steuerung. Folgen Sie Tracer, warte. I don't know why. Okay. Hallo. Springen Sie auf den Vorsprung und treten Sie durch die Schleuse. Fuck you! Na ja, erstmal laut in den Geschmack. Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen zu Overwatch, das Tutorial. Tschüss, Tracer! Sie befinden sich jetzt im Schließstand. Und wir betreten den markierten Bereich. Okay. Wir betreten den markierten Bereich. So. Ja. Okay. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Ach so. Daneben sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Ja. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Okay. Sie ziehen mit dem Fahnenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsplot und feuern Sie dann. Gute Arbeit! Sie können einem nahen Ziel auch mit einem nahen Drunkangriff einsetzen. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Ich fordere für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürfen. Okay. Gegner wie zum Beispiel diese Trimingspots werden mit einer roten Umrandung dargestellt. Sobald Gegner Schaden erleiden, werden über Ihren Kopf Ihre Trefferpunkte eingebettet. Okay. Das ist sehr gut. Und... ...töten. Es stirbt. Gleich. So, nachgeladen. Uh, Fähigkeiten. Ja. Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Oho! Wir bauen Sie jetzt ein biotisches Freihauf. Solange Sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Aha, okay. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Gut. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen ausgestattet. Sie können eine Raketensalbe in Zielrichtung abfeuern. Wenn die Raketen explodieren, fügen sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Feuern Sie Ihre Helix-Raketen auf die Ziele. Kommen wir schließlich zum taktischen Visier, Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Okay. Das machen wir natürlich. Boah, fucking Trainingsbots, I hate you! Dich hasse ich noch mehr! Tschüss, Trainingsbots! Und du auch! Der! Ihre ultimative Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Ja, das ist schön. Komm, geht drauf, ihr scheiß Training. Ihre ultimative Fähigkeit ist fast vollständig aufgeladen. Ihr taktisches Visier ist aufgeladen. Das taktische Visier optimiert Ihre Zielfindung, sodass Ihre Schüsse nie das Ziel verflügt. Achso. Aktivieren Sie jetzt Ihr taktisches Visier und zerstören Sie die Sonnenspots. Ich liebe den geruchten Erfüllsmunitionen. Oh, M-Bot! Gute Arbeit, Soldier 76. Danke. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Okay. Gehen Sie durch die offene Tür. Der Zielpunkt ist mit einer hellen Markierung am Boden gekennzeichnet. Während Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn nach und nach. Die Zieleinnahme wird unterbrochen, sobald Sie den Bereich verlassen. Hab ich gerade gezeigt. Der aktuelle Portion wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Ja! Pui! Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Sie haben den Zielpunkt erfolgt angerufen. Ja! Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Okay. Super! Abgeschlossen. Das war also das Tutorial. Und jetzt kann ich ja entwürdig sagen, hallo und herzlich willkommen bei Overwatch. Ich würde sagen, für die erste Folge, wo ja ein bisschen Trainingsbereich drin ist, geben wir nochmal den Trainingsbereich nochmal extra. Nach dem Tutorial machen wir jetzt noch den Trainingsbereich. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache für die erste Folge, würde ich sagen. So ein bisschen, hm, ein bisschen da, ein bisschen Schnulliwut machen. Das ist immer was sehr Schönes. Es lädt gerade. Warte. Willkommen im Trainingsbereich, Soldier 76. Hier können Sie Ihre Waffen und Fähigkeiten ausprobieren. Im Trainingsbereich können Sie den Helden hier wechseln. Auf anderen Karten können Sie den Helden nur in dem Raum wechseln, in dem Sie das Match betreten oder nach dem Tod wiederbelebt werden. Öffnen Sie die Heldenauswahl für einen Überblick. Versuchen wir unser Glück mit einem anderen. Wählen Sie aus der Liste unten einen anderen Helden. Ähm, ja, gute Frage. Wir spielen als... Wenn Sie einen Helden ausgewählt haben, können Sie auch... Wenn Sie bereit sind, schließen Sie bitte dieses Fenster, um fortzuführen. Ja, also wir sind hier um die Schwierigkeiten zu spielen und die Fähigkeiten. Okay. Selbstverstörung, Mech anfordern, Booster, Defensivmatrix, Fusionskanone und Notausstieg haben wir als Fähigkeiten. Sobald Sie einen Helden ausgewählt haben, können Sie sich seine Details jederzeit ansehen. Der Trainingsbereich steht Ihnen jetzt offen. Sie können gern immer wieder hier zurückgehen, um verschiedene Helden auszuprobieren, um Ihre Fähigkeiten zu verlieren. Genau. Sie kann jetzt hier halt, ähm, das, kann den Zupersprit machen. Uah. Oder ein Schild anmachen. Und jetzt schön hier drauf runzen. Die Frage ist, wo sind hier noch ein paar Gegner? Bam, 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 bam. Warte mal. Da. Die lernen sich ja nicht mal. Oh. Und Kombinationsangriff. Und jetzt können wir dann Dörfangriff machen. Und dann steigen wir wieder ein, natürlich. Sehr schön. So, wir müssen uns mal zurück in den Startbereich begeben, weil dann können wir nämlich den Heldenwechsel büben. So, wen wollen wir nochmal spielen, ne? Hensu. Drachenschlag, Sturmfeil, Sonarfeil. Ich finde den Sonarfeil eigentlich ganz gut so hier. So, und im Bereich haben wir natürlich ein bisschen alles aufgedeckt. Dann haben wir natürlich unseren Mehrfachpfeil, der dann aufplatzt. Und dann auf Entfernung ziehen natürlich. Also es ist jetzt hier sehr schwerer als, ähm, also hier leichter. Wir können auch ein bisschen schneller ziehen. Also er kann auch recht schnell ziehen, im Notfall. Was wir das wollen, so. Und dieser Schuss geht hier komplett durch die Mauer. Also, wo den gut platzieren, können wir da extrem geil viel Schaden machen. So. Ähm. Dann Widow-Megge, muss ich sagen, ist auch echt. Ist ein echt gutes, weil wir haben hier diesen Maggut-Schaden. Dann können wir uns auch so eine Markierung setzen. Können wir Können wir Können wir auch hier hochklettern. Und natürlich das Wichtigste von allen ist Ähm, nicht getroffen. So. So. Können wir eigentlich auch hier den Super-Angriff machen. Oder hier in den Super-Modus gehen. Oder den Headshot verteilen. Welche ist nicht so gut gewesen eigentlich. Und jetzt nehmen wir mich über alle Bots. Schön Headshot verteilen. Yes. So. Match verlassen. Ja. Match verlassen. Training. Training gegen die KI. Ich würde sagen, machen wir nochmal ein Training gegen die KI. Als grönen Abschluss dieses Tutorial-Training-Episode-Schen. Ach, die Musik ist echt schön. Hanamura. Yeah. Yeah. Hanamura. Yeah. Yeah. Hanahanamura. Hey, hey, ho, ho. So. Läden noch ein ganzes Stück, muss ich sagen. So ist fertig geladen. Wen spielen wir? Sind schon ziemlich viel verteilt. Tausendmal Pästchen hier. Hier wird zu wenige, viele Defensive. Dann spielen wir als Mercy. Ich wache über dich. Ich greife das Ziel an. Schließt ruhig mir an. Okay. Ja, und das war's dann für diese Episode. Nein, war's natürlich nicht. Gormina. Ja. Es taucht alles ziemlich langsam auf. Also die Internetverbindung ist echt nicht gerade sehr geil. Ich enthalte mich, weil ich nicht gesehen hab, wie die gespielt haben. Ähm, episch. Deswegen lass ich das. Und es wär's ein bisschen schade, jetzt irgendwie hier zu tippen, weil ich weiß ja auch nicht, wer wie gespielt hat. Nur weil ich den Highlights, hier heißt es nicht, ich... Ich verarsche das Jahrhundert. Was du für zwei, deswegen. Doch, weil wir in den Kopf reingekommen sind. Hey. Sehr schön. So. Ich hoffe, wir machen noch ein Match mit, weil ich würde mich auch mal ein richtiges Match zeigen gerne. Anstatt nur das zu machen, ob deine nächste Folge geht, weil du richtig in den PvP-Modus natürlich über deine gefährlichsten Gegner haben zumindest meist die lautesten Waffen und Schritte. Okay. Und wir sind gleich in Nepal. Ich muss sagen, Hanamura haben jetzt echt nicht viel von der Karte gesehen. Japp. Und es lädt und 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 fertig geladen. Um. Es gibt noch kein Unterstützungsheld. Willt denn jemand freiwillig? Wir können hier reingucken. Kein Unterstützungsheld. Will der jetzt noch? Ach, scheiß drauf, wir brauchen keinen. Höh. Hattest du auch gerade ein E-Jagy? Hallo alle. Schön Hallo sagen immer. Uh. Stimmt. Hier. Oh. Bisschen spielen. 4, 3, 2, 1, Runde 1. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Höh. Yeah. Schön vordüßen, weil wir brauchen ja den Booster, äh, den Booster, äh, den Punkt, meinte ich. Zeit, meine APM anzuheben. Und es geht voran. Da. Okay, er nimmt den Punkt ein. Das ist sehr gut. Uh, wir haben kaum noch Energie. Uh. Da. So, geht doch gut voran. So, wir müssen den Punkt nur halten. Jetzt ist es alles. Und wir gehen zurück. Äh, äh, Anzug. Yay. Okay. So, geht gut voran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Pass mal auf. Ähm, hallo? Ist hier noch jemand? Nö. Lass die doch zumindest kommen. Boah, eine Masse da oben. Kommt nur her, ihr kleines Schweinchen. Da sind sie. Kommt er. Kommt er. Und, kommt er. Und tot. Killstreak 15 Gegner. Gut, gut. Läuft doch. Oh, tot. Schade. Wir haben uns selbst umgebracht. Aber der Zielpunkt ist jetzt uns. Sehr gut. So muss es sein. Zielpunkt gehör uns. Okay, weiter geht's. Wir müssen das Ding nur noch einmal gewinnen. Perfekt mit dem 4. Weg. I don't like it. So. Ähm. Irgendwann läuft hier ganz schön rum. Ähm. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Go. So, man muss ein bisschen. Als Problem ist hier echt das Konzentrieren und gleichzeitig Quatschen. Also das ist echt ein bisschen sehr und das wird ein großes Problem. Aber scheiß drauf, schlechter Spielen ist auch in Ordnung. Heilungsboost. Ähm, wo ist... Kommt nur her, ihr Kleinen. Da sind sie. Sollte doch kommen. Oh, Performance-Einbrüche. Komm her. Ach, da ist Rotom. Komm her. Ist tot. Passt. Hm. Gucken, wann sie kommen. Alter. Wo sind die? Da. Ist Roadhog. Hopp. Hoch hier. Und weiter. Komm her, Soldier. Oh, ein schönen Reihen hier mit dem Anzug. Roadhog is toad. Okay. Wo sind diese Schweine? Komm her. Komm her. Ist tot. Aber ist ja eklisch vorbei. Ist ja egal, was passiert. Na, kommt der. Kommt her. Oh, verdammt. Das geht nicht drauf. Das wie geht nicht drauf. Doch, jetzt geht's voran. Ging doch gut. Voran. Sieb. 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 Aua. Irgendwann hat mich noch angegriffen. Ist doch nicht schön. So. Teilheit des Spiels. So. Der hat aber ganz schön zugelangt, muss ich sagen. Sehr schön. Hm. Hier, komm her. Kriegst du. So. Außer man mit dem Match gleich noch das erste Level geklickt. Und kann auch zum Abschluss dieser Folge schön was verteilen. Stufe 2 erreicht. Matchbenden. Ja. Ich möchte noch eine Lootbox öffnen. Lootboxen sind was Schönes. Shop. Ach, wir können auch Lootboxen kaufen für Geld. Aber, wollen wir nicht. Lootbox öffnen. Geh auf. Lootbox. Wo was wir drin haben. Dann rüsten wir auch gleich aus. Was haben wir hier? Ähm, für Hansu ein Spray. Rüsten wir aus. Ah, neue Skin für Rünsten ausrüsten. Und. Mercy. Welten sterben nicht. Sehr schön. Brawderwoche. Hier geht's zum Brawderwoche. Gegen die KI können wir. Ich benutze gegen Dingsdunterkarte. The Brawl der Woche. Brawl der Woche. Und Highlights höchst. Och, wir haben sogar das Eft freigeschalten. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Overwatch. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.